Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei den Nosy Roses. Hier ist die Jen. Ja, willkommen diese Woche. Ich bin heute sehr gut gelaunt. Wir haben diese Woche zwei Themen. Es gibt zwei Wochen Themen. Ja, irgendwas ist schief gelaufen und ja, das Ergebnis ist jetzt, dass wir zwei Wochen Themen haben und dass einige Roses beide Themen vorstellen und andere nur eins davon. Ich stelle nur eins davon vor und nämlich die lesbische Musikgruppe. Ja, wir wollen euch heute mal oder diese Woche ein paar Bands oder Sängerinnen oder Gruppen oder wie auch immer irgendwas Musikalisches vorstellen, was lesbisch ist. Ja, also nicht Musik, die vielleicht Lesben gerne hören. Kann man ja auch gar nicht so verallgemeinern. Sondern wirklich einfach Lesben, die Musik machen. Ja, und letzte Woche habe ich euch ja erzählt, dass es die tolle Plakataktion in Berlin gibt mit dem Spruch, ich bin lesbisch und Berlin steht hinter mir. Beziehungsweise ich bin schwul und Berlin steht hinter mir. Und es haben sogar drei Mädels geschrieben, dass sie die Plakate auch gesehen haben. Und zwar haben sie geschrieben, Skandal, undefinierbar und extrem pink. Ich denke 92. 94, Entschuldigung. Ja, ihr habt die Plakate gesehen, echt cool. Also von daher ist es hier anscheinend doch so, dass sie an den Plakate aufgehangen haben und dass es sichtbar ist und dass es auch was prägend. Sehr gut, sehr, 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 sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Ich rede irgendwie schon wieder Blödsinn. Und ich stelle euch die Faggot Furies vor. Ja, die Faggot Furies, das sind zwei Mädels aus Dänemark, aus Kopenhagen. Und ja, es ist ja zum Namen Faggot Furies. Ja, das heißt schwule Fäden. Faggot, schwul, also eher so ein Schimpfurt für Schwuchtel. Und ja, Furies, also Fee, 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 wäre wohl angeblich auch in Amerika oder sonst wo gerne mal Schwule genannt. Und eher der Grundabsicht, sie zu beleidigen. Ja, und die beiden Mädels haben dann mal gedacht, ja, nennen wir uns halt mal so. Sonst ist es so ein Schimpfwort, aber wir machen es zu einem etwas Positiven. Und wir sind dann jetzt die schwulen Fäden. Finde ich das so cool. Ja, diese zwei Mädels sind natürlich ein Paar. Ähm, ja, ihre Namen sind, ähm, Carla irgendwas, das muss ich nachgucken. Carla, Camilla, Fjord und Elena Kali Kozovic. Also diese eine, die ist auch gar nicht aussehen mag, sondern sonst woher? Ha! Ja. Ja, ja, die beiden Mädels sind, wie gesagt, ein Paar, machen Musik zusammen schon länger. Ähm, machen auch viel nur so DJ-mäßige Sachen, ein bisschen auflegen und so. Und haben halt, ähm, dann wieder erst ein Album rausgebracht, was richtig, richtig gut ist. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Das ist das Album, genauso wie die erste Singer daraus, Feed the Horse. Die meisten von euch werden das Lied sicherlich kennen. Und nein, in Feed the Horse geht es nicht darum, SMS, geht es nicht darum, Pferde zu füttern. Nein, es geht um eine Stellung, kann man glaube ich sagen, eine Art zu praktizieren, die Liebe, wenn man sich vorstellt, wie man ein Pferd füttert. Ungefähr so. Und wenn man diese Handstellung dann, ja, mehr möchte ich dazu da eigentlich jetzt nicht sagen. Ja. Also richtig coole Musik. Live sind die mir das auch richtig gut. Ich habe die ja letztes Jahr im Elbeach gesehen, das war richtig gut. Leider sind sie dieses Jahr nicht dabei. Also bisher gibt es jedenfalls keine Info, wie das behauptet. Aber es sind ja noch ein paar Wochen, vielleicht kommen sie ja doch noch. Wer weiß. Ja, das sind die Faggot-Feries. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Faggot ist glaube ich richtig. Feries? 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 Keine Ahnung, wenn man das ausspricht. Feries? Feries? Wenn ihr das wisst, könnt ihr mich ja mal aufklären. Ja. Ähm. Richtig coole elektronische Musik mit so ein bisschen Hip-Hop drin und so. Also wenn euch das gefällt, dann besorgt euch auf jeden Fall eine CD. Ich kann es nur empfehlen. Ähm. Ja. Also ich finde es richtig 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 gut. Und ähm. Ja. Ähm. Ja. Ich liebe meine Mädchen, ich liebe sie. Ich liebe sie, so viel auf dem Top und an dem Bottom. So, wie bitte? Feed the Horse. Ich möchte sie mir drauf und siehe. Ich möchte sie nicht mehr meinen. So, wie bitte? Feed the Horse. Ich möchte sie nicht mehr mit. Ich möchte sie nicht mehr mit. Ich möchte sie nicht mehr mit den Himmelen. Feed the Horse. Feed the Horse. Ok. Begreifst. So. Läuft. So. So. Muziic! That's what she said. So. 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 Oh. So. 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 So.